Ganz herzlich willkommen hier zu unserer digitalen Auftaktveranstaltung jetzt mit einer Gesprächsrunde, mit einer Fragerunde, in der Experten Platz genommen haben und natürlich auch der Landrat des Kreises Paderborn, Manfred Müller. Und als Experten sind mit dabei Dr. Simon Obertür und Dr. Martin Vornefeld. Herr Vornefeld, wenn Sie sich einmal bitte selbst kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Martin Vornefeld. Ich bin der Geschäftsführer von MECO Strategieberatung und wir betreuen das Projekt der Mobilfunkstrategie hier für den Kreis Paderborn. Vielen herzlichen Dank und Dr. Simon Obertür, vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wer sind Sie? Ja, ich arbeite an der Universität Paderborn im Software Innovation Campus Paderborn und habe da unter anderem die letzten drei Jahre die Begleitforschung IP4 5G betreut, die 5G im industriellen Ansatz untersucht hat. Sie haben Fragen eingereicht zu diesem Thema, zur Mobilfunkstrategie des Kreises Paderborn. Der Landrat hat in einer Videobotschaft dazu aufgerufen. Sie haben viele Fragen geschickt und die wollen wir heute in dieser Runde gerne beantworten. Wir melden uns hier aus dem schönen großen Sitzungssaal im Kreishaus. Und Herr Müller, eigentlich, wir haben in diesem Jahr natürlich die Corona-Pandemie, die sehr, sehr vieles verändert hat, viel an Planung auch über den Haufen geworfen hat. Eigentlich hatten Sie geplant, dass es eine ganz andere Bürgerbeteiligung gegeben hätte, um die Funklöcher aufzuspüren. Was war da geplant? Eigentlich wollten wir eine große Eröffnungsveranstaltung machen für diese Kampagne zur Verbesserung der Mobilfunkqualität im Kreis Paderborn, wo jedermann teilnehmen konnte, sodass der Sitzungssaal jetzt hier gut gefüllt gewesen wäre. Wir wollten die Bürger aufrufen, sich noch intensiver daran zu beteiligen, die weißen Flecken, die wir in der Mobilfunkabdeckung haben, aufzuspüren. Das geht jetzt in dieser Form so nicht, aber wir nutzen einfach auch die Chancen der Digitalisierung und machen es so, wie wir heute unterwegs sind. Herr Doktor Vornefeld, Sie beraten viele Kommunen, viele Kreise und Sie sagen aber, der Kreis Paderborn ist sehr, sehr weit vorne jetzt mit dieser Beschäftigung, speziell durch die Mobilfunkstrategie. Wie verhält sich das? Ja, das ist richtig. Zunächst einmal ist erkannt worden, dass man ein Problem hat und wenn man das Problem hat, dann muss man das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen. Und genau das hat der Kreis Paderborn getan, während viele andere Kommunen überlegen, was ist denn das richtige Vorgehen. Und hier ist genau dieser Ansatz gewählt worden, proaktiver heranzugehen und zu schauen, wo sind meine Problembereiche und wie kann ich dort aktiv werden, um die zu beseitigen. Herr Obertür, das Internet befindet sich heutzutage eigentlich so gut wie in allen Bereichen unseres Lebens. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Niemand geht davon aus, dass es dann nochmal ein großes zurückgeben wird. Wie werden 4G und 5G diese Entwicklung nochmal weiter verändern? Ja, wir haben uns glaube ich zu Hause und auch in den Firmen überall an das Internet gewöhnt und dank schnellem Mobilfunk sind wir jetzt unabhängig vom Kabel und können damit natürlich diese ganzen Errungenschaften auch mobil nutzen. Herr Müller, wenn Herr Vornefeld schildert, der Kreis Paderborn ist da wirklich weit vorne mit dabei, auch im Vergleich eben zu anderen. Warum ist das Thema für Sie eigentlich so wichtig? Das ist eine Frage des Wirtschaftsstandorts letztendlich und auch der Lebensqualität der Menschen. Und wenn wir das nicht anbieten können, keine gute Mobilfunkabdeckung, keine gute Breitbandversorgung, dann wird unser Wirtschaftsstandort darunter leiden, dann werden wir nicht die Arbeitsplatzanzahl halten können beziehungsweise neue dazu gewinnen können, die wir brauchen. Und deswegen haben wir bei der Breitbandversorgung schon mal einmal mit der Firma Mikus, mit Dr. Vornefeld einen Masterplan entwickelt, bei dem wir gesagt haben, wir suchen nach den weißen Flecken. Wir nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand. Wir gehen also dezentral vor und das haben wir beide auch abgesprochen für den Mobilfunkbereich. Wir wollen den Unternehmen, den Netzbetreibern aktiv auf die Bude rücken, wie man so bei uns manchmal sagt. Wir wollen denen helfen, diese Lücken zu schließen. Sie sind sehr viel unterwegs, arbeiten natürlich auch unterwegs viel. Welche Rolle spielt da bei Ihnen im Alltag das Thema Funklöcher? Also ich arbeite sehr viel im Auto und das ist dann schon sehr ärgerlich, wenn man immer wieder unterbrochen wird. Und als wir beide über dieses Thema gesprochen haben, da war ich unterwegs von der Autobahn nach Paderborn und dieses Gespräch über die Entwicklung des Masterplans Mobilfunk ist dann zwei- oder dreimal unterbrochen worden. Und im Grunde genommen kann es ja nicht sein, da haben wir uns nicht mitten im Wald befunden, auf einer viel befahrenen Straße zweimal solche Lücken zu haben. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir einen solchen Masterplan Mobilfunk auflegen? Wie können wir es schaffen, dass wir dabei helfen und zwar mit einem dezentralen Ansatz, dass wir dabei helfen, diese weißen Flecken, diese weißen Lücken zu schließen? Herr Vornefeld, in Ihrem Vortrag, den man separat abrufen kann, haben Sie geschildert, 238 Funkmasten sind es aktuell, die im Kreis Paderborn aufgebaut sind. Die Hälfte davon verfügt nicht über Glasfaser. Was glauben Sie, wie viele Masten bräuchte es hier zusätzlich, um eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung zu erreichen? Ja, es sind also 283 Masten und wir haben 83 weiße Flecken gefunden im Kreis Paderborn, also Bereiche, wo es offensichtlich eine Unterversorgung an Mobilfunk gibt. Und man kann jetzt mal ganz grob sagen, die neue Mastzahl wird ziemlich nah an diesem 83 liegen, vielleicht kommen wir mit ein paar weniger aus. Aber sowas wird die Größenordnung sein, was wir an Neubau wahrscheinlich haben werden. Herr Obertür, eine Frage, die gekommen ist auf den Videoaufruf des Landrats hin. Was ist der Unterschied zu 3G oder 4G, also jetzt was 5G angeht, außer einer schnelleren Übertragung? Naja, 5G wird erstmal einen wesentlich größeren Frequenzbereich benutzen, das heißt wesentlich tiefere Frequenzen, aber auch immens höhere Frequenzen. Dazu muss man, habe ich auch in meinem Vortrag erwähnt, darauf klar sein, dass kleinere Frequenzen weiter tragen und höhere Frequenzen nicht so weit sind. Das heißt, da sind die Zellen nicht so groß und auch die Geschwindigkeit hängt damit zusammen. Kleine Geschwindigkeiten im niedrigen Bereich, wo ich also weiterkomme, höhere Geschwindigkeiten, wo ich kleinere Zellen habe. Und da kommt hinzu, dass neue Technologien, der technologische Stillstand gibt es ja nicht, wird ja weiterentwickelt. Das heißt, es können wesentlich effizienter diese Dinge genutzt werden. Das heißt, darüber kann das Netz schneller sein. Wir brauchen aber, je nachdem welchem Bereich wir haben, unterschiedliche Zelldichten. Deswegen muss man immer bei 5G unterscheiden, über welches 5G man spricht. Das zum Telefonieren, zum Internet oder das, um ganz viele Sensoren anzubinden, zum Beispiel in Städten, Smart Cities, zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung oder aber auch herzugehen und zu sagen, wir wollen zum Beispiel autonomes Fahren. Da brauchen wir ganz kleine Latenzen, also ganz große Geschwindigkeiten und kurze Wege hin und zurück zwischen den Geräten. Wenn Sie das so schildern, es gibt verschiedene Aspekte von 5G. Wer also profitiert hauptsächlich davon? Das ist auch so eine Frage, die uns gestellt wurde heute. Ja, wenn wir uns angucken, wie der Markt gezeichnet ist, was so erwartet wird, wo Umsätze geschehen werden, dann ist das diesmal ein recht breiter Blumenstrauß. Wir haben also nicht nur die klassischen Anwendungen, die wir schon kennen, wie Telefonieren und mobiles Internet. Auch heute sind zum Beispiel Autos schon angebunden natürlich, aber wir werden viel mehr das Internet der Dinge noch haben. Das heißt, viel mehr die Vernetzung vorantreiben und das heißt, die Wertschöpfung wird in allen Bereichen liegen, sei es Industrie, sei es Farming, sei es aber auch End-Consumer-Bereich. Da werden wir ganz viele neue Anwendungen sehen. Es sind Fragen reingekommen zu den Funkmasten. Wie groß ist der Wirkungsradius eines Masten und wie groß ist die maximale Entfernung, in der man noch eine Wirkung erzielt? Also auch da habe ich ja gerade schon gesagt, muss man auf diese Frequenzen achten. Das heißt, wir sind tiefer. Das heißt, heute haben wir mit 4G 900 Megahertz, wir gehen runter auf 700 Megahertz und die Effizient wird größer. Da spricht man davon, dass man bis zu 20 Kilometer mit einem Masten abdecken kann und damit noch akzeptable Geschwindigkeiten, wie wir sie heute so im DSL-Bereich, im unteren Bereich oder mittleren Bereich haben, also so 50 bis 150 Mbit pro Sekunde. Wenn wir aber von den ganz neuen Bereichen sprechen, dann sprechen wir mit den kleinen Small Cells. Das heißt, das sind Frequenzen, die auch noch weit höher sind, als wir das heutzutage zum Beispiel aus dem WLAN kennen. Und jeder von uns weiß, WLAN reicht meistens nur so bis zum Ende des Hauses. Draußen im Garten wird es schon weniger. Das heißt, das wird auch für diese Frequenzen sein. Das heißt, wir werden eine Mischung haben. Das heißt, wir werden große Zellen haben, die ja nicht so viel Bandbreite und Datenrate damit auch liefern können. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch ganz kleine Zellen sehen. Das haben wir heute bei 4G auch schon so, dass wir unterschiedliche Zellgrößen haben, je nachdem, ob ich zum Beispiel innerstädtisch bin oder außerstädtisch. Deswegen kann man das nicht pauschal beantworten. Herr Müller, Tobias Willeke hat uns eine Frage geschickt. Was sind die Ziele des Kreises und Landes mit 5G? Unsere Ziele sind, dass wir eine gute Mobilfunkabdeckung haben, dass wir eine gute Breitbandversorgung haben. Und 5G, das greift ja ein gutes Stück weit auch ineinander. Und ich gehe auch davon aus, wenn wir eine gute Breitbandabdeckung haben, mehr als 50 Prozent mit Glasfaser versorgt sind. Und wenn wir dann die Zahl der Masten und die Mobilfunknetzqualität verbessern können, dann haben wir gute Voraussetzungen, wenn 5G dann tatsächlich kommt, das auch technisch darstellen zu können. Das dauert sicherlich noch eine ganze Weile. Da mögen die Experten mehr dazu sagen, bis das in dieser Form auch abgerufen wird und benötigt wird. Aber wer die technischen Voraussetzungen in den Netzen nicht bieten kann, der kommt mit Sicherheit zu spät. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Eine Frage, die uns außerdem erreicht hat. Jetzt aktuell werden ja die Daten eben in der App erfasst. Das heißt, wo befinden sich Funklöcher? Wie groß sind diese Funklöcher? Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen? Ja, wir sehen jetzt vor, also die Messkampagne beginnt jetzt und wir sehen vor, dass wir im Spätsommer erste Ergebnisse haben werden, also September, Oktober. Dazu gibt es eine weitere Frage, nämlich ist diese Form der Datenerfassung durch Bürger, ist das eigentlich aussagekräftig und ist das zeitgemäß? Da heißt es hier, gibt es keine moderne Technologie, um die Löcher zu erfassen? Modernere Technologie vielleicht? Also was wir hier verwenden, ist die modernste Technologie, die es im Moment gibt. Und das Entscheidende, und darum haben wir uns ja auch dafür entschieden, diese App wird von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese App ist anerkannt von allen, die im Markt tätig sind, von den Providern, von den Kunden. Sie ist datensicherheitsmäßig gecheckt. Also ich habe hier alles, was wir heute brauchen, um eine vertrauensvolle und gute, technisch gute App zu haben. Und genau deswegen haben wir uns für diese App der Bundesnetzagentur entschieden. Wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Smartphone, entdecke ein Funkloch, melde das über die App, was passiert dann eigentlich weiter mit dieser Information? Genau, das Vorgehen soll eigentlich so sein. Man kann diese App sich runterladen bei der Bundesnetzagentur und fährt dann seine Standardstrecke, wo man weiß, dass es eigentlich immer relativ schlechte Verbindung ist. Das wird dann mit aufgezeichnet und dann wird das in diese App übertragen und dann wird das anonymisiert in eine Darstellung, dass man sehen kann, zu wie viel Prozent eine Mobilfunkversorgung in dieser Zelle, wo der Bürger gerade hergefahren ist, dass dann mit zu viel Prozent hier eine Mobilfunkversorgung vorliegt. Und daraus können wir wieder Rückschlüsse ziehen, wo ist denn dann offensichtlich ein weißer Fleck oder wo ist eine Unterversorgung, wo müssen wir was tun? Herr Obertür, an vielen Stellen im Kreis prägen die Windräder das Bild, was man so von der Landschaft hat. Da gibt es hier eine Frage, wie sehen eigentlich die 5G-Masten aus? Sehen sie anders aus als die bisherigen Mobilfunkmasten? Und wie hoch sind sie im Vergleich zu Windrädern? Na, wir kennen das ja heute schon, dass die Mobilfunkmasten eigentlich nicht so hoch wie die Windräder sind. Das heißt, wir werden auch bei 5G ähnliche Antennen erstmal haben. Besonders wenn wir von den Frequenzbereichen sprechen, die aktuell zur Verscheigerung standen und jetzt aktuell genutzt werden und in naher Zukunft genutzt werden. Die höheren Frequenzbereiche sind noch Forschungsgegenstand, sowohl was Endgeräte als auch was Antennen angeht. Aber da werden wir auch eher in dem kleineren Bereich sehen. Auch heute da kennen wir das. Jeder kennt das. Ein WLAN-Router ist kleiner als eine andere Antenne, die wir aus dem Mobilfunkbereich bei 3G oder 4G kennen. Auch da wird es kleinere Antennen geben und das heißt, die werden nicht größer, sondern eher kleiner werden. Herr Vornefeld, Michael Schulte hat eine E-Mail geschickt. Er arbeitet coronabedingt gerade an der Kreisgrenze bei Westenholz, schreibt er. Sind auch Interimslösungen geplant, sodass kurzfristig auch die LTE-Abdeckung besser werden kann? Ja, also zunächst einmal, wir arbeiten in dem Projekt für den gesamten Kreis. Wir betrachten auch die Randbereiche mit und teilweise sind ja auch die Antennen, stehen ja auch teilweise in den Nachbarlandkreisen. Die betrachten wir erst mal zunächst mit. Und das Thema Zwischenlösungen, ja, auch das gilt es immer wieder zu bedenken. Und ich weise darauf hin, dass gerade beim Thema LTE besteht die Möglichkeit, über geeignete Router zum Beispiel sich Außenantennen zu installieren, um eine größere Empfangsqualität zu haben. Aber das Hauptproblem von LTE im Gebäude sind die Abschirmungen durch die Gebäudehülle. Und dadurch habe ich einen starken Abfall, gerade bei LTE. Und da ist eine externe Antenne, wirkt da Wunder. Herr Müller, Sie haben eben geschildert, auch Sie selbst sind natürlich von den Funklöchern im Alltag häufiger betroffen. Wie häufig wird das Thema eigentlich an Sie herangetragen, wenn Sie unterwegs sind? Hören Sie da oft bei uns in Holtheim, bei uns in anderen Kreisen, bei uns in anderen Teilen des Kreises, ist die Verbindung wirklich schlecht? Herr Müller, tun Sie da mal was? Wie häufig passiert das? Also das passiert schon relativ häufig. Wobei nun klar ist, das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die von Bundes- und Landesebene gesteuert wird. Und das ist letztendlich ja auch unser Ansatz gewesen, sowohl bei der Glasfaser wie auch jetzt hier bei Mobilfunk. Wir klicken uns ein in einer Aufgabe, die eigentlich gar nicht originär unsere ist. Wir identifizieren jetzt mit dem Masterplan, mit unseren Aktivitäten eben diese weißen Flecken und machen den Netzbetreibern ganz konkrete Angebote. Wir helfen zusammen mit den Städten und Gemeinden, ein Grundstück zu finden. Wir machen den Vorschläge, wie und wo man die Lücken schließen kann, kooperieren mit denen, wie gesagt, sehr dezentral und verbessern dort insgesamt das Angebot. Es kommt unseren Bürgern und Bürgerinnen zugute unter dem Strich. Es kommt unseren Unternehmern unterm Strich zugute. Und das dient der Prosperität und wirtschaftlichen Entwicklung unseres Kreises. Das ist unser Ziel. Herr Obertür, ich glaube, diese Beobachtungen machen recht viele, dass das Mobilfunknetz nicht an jedem Tag sich gleich verhält. Also bei mir zu Hause ist das auch so. Ich wohne in Elsen, da habe ich eigentlich ein gutes Netz. Aber wenn ich im Haus telefoniere, dann bricht manchmal auch die Verbindung komplett sogar ab. An anderen Tagen ist die super. Woran liegt das eigentlich? Ja, wir haben, man spricht ja immer bei der Übertragung vom Medium. Wir haben das Medium die Luft und leider ist es nicht immer nur die Luft, sondern wir haben natürlich auch verschiedene Dinge, die dazwischen sind. Sei es bei den Häusern, dass wir also Wände dazwischen haben. Draußen haben wir natürlich auch die Witterung. Das heißt, bei Regen haben wir auch noch wieder eine andere Atmosphäre, eine andere Dämpfung auf das Signal. Und das heißt, das wird dann an der Stelle geschwächt. Mittlerweile sind aber auch Techniken dabei, die wir kennen, dass das Reflektionen genutzt werden. Und das kann natürlich sich dann auch mal verändern, wenn zum Beispiel unterschiedliche Dinge sich dazwischen platzieren, zum Beispiel. Herr Vornefeld, ist das eigentlich eine ganz einfache Frage, die ich mir gestellt habe. Ist das eigentlich möglich, alle Funklöcher zu beseitigen irgendwann mal? Oder ist das Utopia? Also theoretisch ist es erstmal möglich, dass man 100 Prozent Flächendeckung hinbekommt. Aber natürlich, wie immer im Leben, ist es ein technisches Objekt. Und es kann immer noch irgendeinen letzten Schatten geben. Aber natürlich, von der reinen Technik und Physik ist das möglich, 100 Prozent Flächendeckung und auch Haushaltserreichung hinzubekommen. Eine Frage, die uns Tobias Willeke noch geschickt hat. Wann kommt eigentlich 5G hier in unserem Kreis an? Ja, also der 5G-Ausbau wird ja eigenwirtschaftlich durchgeführt. Es ist ja so, dass die Unternehmen diese Frequenzen ersteigert haben. Und mit dem Zuschlag auf diese Ersteigerung ist ja eine Ausbauverpflichtung eingegangen. Also bis 2022 sollen 98 Prozent der Haushalte erreicht werden über 5G. Ja, wir werden sehen. Herr Obertür, es hat auch noch uns eine, beziehungsweise mehrere Fragen haben uns erreicht zu den Auswirkungen auf die Gesundheit. Ist das 5G-Netz schädlich für die Gesundheit und vielleicht auch schädlicher als das bisherige 4G? Ja, die Frage kommt oft zur Zeit und wird natürlich auch viel diskutiert. Es gibt auch viele Bürgerbewegungen, die sich zum Beispiel gegen die Errichtung von Masten und Ähnliches richten. Wichtig ist erstmal, wir sind in einem Frequenzbereich, in dem wir schon lange unterwegs sind. Das heißt, die Frequenzen, die aktuell genutzt werden, sind relativ gut in der Erfahrung, weil wir in den letzten Jahren diese Frequenzen schon benutzen. Und da gibt es auch verschiedene Studien zu und zur Zeit kann in diesem Frequenzbereich keine großen gesundheitlichen Einschränkungen gemessen werden. Was gemessen werden kann, ist eine leichte Erhöhung von Temperatur, die aber bei der Stärke, wir haben ja Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, so gering ist, dass das zu vernachlässigen ist. Wir haben aber das Problem, was nachgewiesen ist, jeder kennt vielleicht Leute, die sagen, ich habe Probleme, ich kriege Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr schlafen. Die sind auch ernst zu nehmen, aber meistens sind die darauf zurückzuführen, dass halt dieser Nocebo-Effekt eintritt. Das heißt, wir kennen das von anderen Bereichen, von Medikamenten, wenn wir den Beipackzettel mit den Nebenwirkungen lesen, dann gibt es auch Studien, die sagen, wir haben ein höheres Risiko, diese wirklich zu bekommen, weil wir uns sie halt selber psychosomatisch sozusagen dafür sorgen, dass wir sie kriegen. In dem hohen Frequenzbereich gibt es noch nicht so viele Untersuchungen. Das heißt, da wird alles noch unter Beobachtung stehen, aber auch hier sind wir in dem Bereich, dass wir eine Erwärmung vielleicht sehen und die höheren Frequenzen auch nicht so tief eindringen. Das heißt, das ist höchstens an der Hautoberfläche zu sehen, aber da wird beobachtet und es ist zurzeit nach aktuellem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass das zu großen Problemen führt. Herr Vornefeld, Sie sagen, in unseren Haushalten haben wir durchaus andere Geräte, von denen eine stärkere Gesundheitsschädigung ausgeht als von 5G. Vielleicht können Sie das noch einmal bitte erläutern. Ja, es wird immer wieder vergessen, dass die doch sehr beliebten DECT-Telefone, also die Schnurrlostelefone, die wir heute verwenden nach dem DECT-Standard, eine vielfach erhöhte, vielfach höhere Strahlung haben als die heute verwendeten Mobilfunkgeräte. Und die Diskussionen dort habe ich eigentlich noch nicht wahrgenommen. Dieser ganze Ausbau dauert natürlich eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt heute über die App ein Funkloch melde, wo kann man so davon ausgehen, in welchem Bereich bewegt sich das? Wann kann dieses Loch gestopft sein, das Funkloch? Wir müssen auch darauf ankommen, wie schnell es uns gelingt, diesen möglichen Standort, der das Funkloch stopft, auch realisieren zu können. Und das ist jetzt ein Stück weit auch unsere Aufgabe in Kooperation mit den Städten und Gemeinden, ein Grundstück zu identifizieren, mit den Bürgern auch zu sprechen, die Fragen der Baugenehmigung zu klären. Aber da sind unsere Experten alle quasi schnell mit am Tisch. Und das glaube ich, das dürfte auch das Erfolgsrezept sein. Stück für Stück, Schritt für Schritt die Löcher identifizieren und dann stopfen. Herr Müller, Sie haben gerade geschildert, was der Kreis eben dann tun kann. Vor allem natürlich das Augenmerk, was diejenigen, die dann das Netz ausbauen, auf den Kreis Paderborn zu richten. Sie sammeln aktuell Daten, unter anderem über die App. Es gibt auch eine Aktion mit den Azubis des Kreises Paderborn, die in alle Bereiche des Kreises geschickt werden, um da noch weiter eben Funklöcher aufzuspüren. Wenn diese Daten gesammelt sind, wenn es sehr, sehr viele weitere Daten gibt, was passiert dann weiter? Ja, ich denke mal, dann haben wir einen recht guten Atlas für unseren Kreis Paderborn und dann haben wir die Basisinformation dafür, dass wir ganz konkret herangehen können an die Funknetzbetreiber. Und dann werden wir die Probleme lösen. Ich bin ziemlich sicher, dass das gelingt. Das ist uns bei der Glasfaserversorgung, bei der Breitbandversorgung auch so gelungen. Und das war eigentlich der Plan, dass wir genau so vorgehen, dezentral vorgehen, den Problemen zu Leibe rücken und den Funknetzbetreibern auch auf die Bude, um dann eine bessere Qualität des Netzes insgesamt zu erreichen. Und irgendwann telefonieren Sie beiden, ohne dass das Gespräch abbrechen wird. Sollte so sein. Ich darf herzlich Danke sagen, Dr. Martin Vornefeld, Dr. Simon Obertür, die als Experten hier diese Runde besetzt haben und somit Rede und Antwort gestanden haben. Und natürlich auch, Herr Müller, hier herzlichen Dank für die Einladung zu dieser digitalen Auftaktveranstaltung. Und an Sie ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, die Sie eingereicht haben zu diesem Thema, zur Mobilfunkstrategie des Kreises Paderborn. Machen Sie es gut. 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 Vielen Dank.